In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie Sie ganz schnell einfach die Festplatte der Xbox 360 Slim entfernen können. Als erstes drehen Sie Ihre Xbox 360 mit der Unterseite zu Ihnen. Seien Sie dabei vorsichtig, dass das Gehäuse nicht zerkratzt. Hier sehen Sie einen kleinen Umlegschalter. Den drücken Sie runter und Sie können dann diese Luke entnehmen. Hier ist ein kleines Zipfelchen. Sehen Sie einfach dran mit Gefühl und Ihre Festplatte kommt raus. Nun, wenn Sie Ihre Festplatte enthalten haben, tun Sie einfach das Stück Plastik wieder zurück und drehen Sie wieder Ihre Xbox 360 normal. Vielen Dank fürs Zuschauen.